Ne, bei mir ist niemand, ich bin nicht drin. Ich bin wieder in der Lobby alleine. Ich seh drei Leute, ja. Ja, ja, ja. Alle außer Ju sind drin. RIP. Hä, zeugt ihr gerade ohne mich oder was? Sonntag 15 Uhr, ich chill alleine in meiner Crib. Wir wollen anfangen jetzt Fall Guys zu spielen. Über das Game einfach, über, über das Game. Also ihr müsst euch vorstellen, Fall Guys ist so ein bisschen wie Takeshi's Castle, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr alt genug seid, um das zu kennen. Hat auf jeden Fall so ein bisschen Vibe von Pummelpuff Party. Nur, dass es halt nur um Minigames geht. Und ich werde das spielen und zwar mit Marius, John und das Mädchen. Darfst du dich gleich selbst vorstellen. Hallo. Hi. Hey. Ich glaube, du musst dich einmal kurz vorstellen für meinen Stream. Streamst du auch gerade? Ja, mache ich. Hallo, Chat von Julien. Hi. Ich bin Zoe und ich stream auch gerade. Hi. Au, hi, Anni. Was geht? Okay, cool, warte. Das ist nicht Anni, ne? Nicht? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Hallo, wer bist du denn? Du hast dich nicht angeht wie Anni und ich habe irgendwie erzählt, ich würde gerade null wie Anni gehen und für immer versinken. Ja, das ist extrem spiny. Wunderbar, wunderbar. Wir machen das nochmal von vorne, eine Sekunde. So, warte, ich komme nochmal in den Call rein. Hallo, was geht? Wie geht's gut? Mir geht's gut. Oh, danke, Chat. Ich bin so absolut lost. Ich habe einfach aus der Sehnen Titel statt Zoe, Zeo geschrieben. Halt, Junge. Ich komme gleich zu dir einfach und tröste dich. Ich habe Zeit, Titel, Titel. Ich so, hä? Zeo. Zeo ist von allem ein Dude. Maro ist einfach lost, ja. Maro ist gleich Trimax. Maro ist nervös wegen Zoe. Ja, bist du, wo bist du? Wir warten auf dich. Ja, ich war gerade ein bisschen. Du hast mir 21 Uhr geschrieben, Digga. Ich habe nicht gesagt. 20 Uhr, 30. Fast, Digga. Ah, mein Gang. Doch, hast du. Guck doch mal nach. Du hast mir geschrieben 21 Uhr morgens vorgeheißen. Ja, klar. Du hast mir nicht geschrieben 20 Uhr morgens, deswegen war ich gerade am Einstein. Ich habe 20 Euro halt geschrieben. Ach doch, ich habe 21 Uhr geschrieben, ja. Ja, du. Ey, du musst mir nicht alles glauben. Ja. Ich muss einfach auflegen. Ich habe einfach aufgelegt. John, wenn du das sehen sollst. Ich habe einfach aufgelegt, sorry. Es war einmal zu viel Stress gerade. Okay, noch. Oh ja, es geht los, es geht los. Oha, ich bin so gespannt. Überbinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ich laufe nicht, warum laufe ich nicht? Ich bin der Wolf. Lasst mich durch. Oha, ist das stressig. Ist das stressig. Ah, ich hänge. Ah, ich. Oh, okay, okay, jetzt habe ich den Flo raus. Zack. Okay, okay, okay. Ich weiß gerade gar nicht, wer ihr seid. Das ist wie genau wie bei Indiana Jones. Ja, der Film sah aber so aus, oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Warum laufe ich so langsam? Oh, da kann man runterfallen. Wo bin ich gelandet? Nein, ah. Boah, ich bin durchgesprungen durchs Fenster einfach. Ey, das ist ja wie... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin... Bin ich ganz weit hinten, oder bin ich auch gut vorne? Ich weiß es nicht. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott, da ist die Lücke. Da ist wieder. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Diese dreckige Lücke. Ich kann gar nicht mit der Maus spielen gerade. Mit der Maus? Du spielst mit der Maus, du musst mit mir... Ich bin ausgeschieden. Da bin ich. Ich fall jetzt raus, ich fall jetzt raus. Nein. Ich bin rausgefallen. Das heißt, ich bin raus jetzt? Bin ich raus? Das ganze Spiel... Bist du auch raus, Marius? Ja. Von dir hab ich es nicht anders erwartet, Mann. Genau, das Geile bei dem Spiel ist, dass man halt weiter zugucken kann jetzt. Hol dir einen Schwein. Oh, ha, Alter. Ich würde so gerne in dieser Welt leben einfach. Das sieht doch voll nach Spaß aus. Wie hol ich mir den Schwein? Wo ist denn? Da ist John. So, guck mal, was Zoe macht. Hä? John, da vorne ist der Schwein. Da ist doch der Schwein. Ja. Ja, die haben alle einen Schwein. Ja, nur du nicht. Ja, ich weiß. Zoe auf jeden Fall komplett los. Ich muss mir doch nichts von den anderen holen. Weißt du, wo du überhaupt hin musst? Ja, dem... Einen hinterher mit dem Schwein. Ach so. Du musst den mit dem Schwein... Ja. Ja, ich muss ihm den Schwein wegnehmen. Ah, wie geil. Wenn ihr den Schwein... Kleiner Bastert, Alter. Mann, ich will mitspielen. Es sieht so noch fun aus. Ey, ich warte einfach. Es sind 30 Sekunden. Bis am Ende der 30 Sekunden muss man einen Schwein haben. Hast du einen Schwein? Nee, ich habe keinen. Ach so. Den Schwein. Schwanz heißt das nicht. Wie nehme ich den... Nicht die berühren. Wie nehme ich den Schwein weg? Hä, Sau, was machst du? Du musst halt... Du läufst ja einfach nur weg. Ja. Nein, ich lauf dir mit daher. Ich fall nur halt immer runter. Oh, ich habe einen. Nein, ich habe keinen mehr. Nein. Oh, nein. Oh, vier Sekunden. Das schaffe ich nicht mehr. Fuck. Ah. Nein. John-Sound-Qualität auf jeden Fall 1980 irgendwie gefühlt. Oh, Mann. Okay, krass, krass, krass. 15 Überlebende. Eigentlich haben June und ich gewonnen. Das weiß noch keiner. Ach, ja, stimmt. Marius, du bist ja auch noch da. Marius, was machst du gerade eigentlich? Sorry, bist du noch drin? Nö, bin auch draußen. Ah, dann raus hier. Meine Adresse zu liegen. Ey, schon wieder. Verbindungsaufbau ist abgelaufen. Mh. Okay, jetzt sind wir wieder in der Lobby. rausgeflogen. Bitte, funktioniere. Schon wieder, alter Schwede. Jetzt bin ich komplett rausgeflogen. So, okay, wir sind ready. Bitte, funktioniere. Ja, ich habe doch gerade auch Probleme. Oh, Gott, schon wieder raus. Nein, Alter, das kann nicht sein, ey. Red nicht mehr. Mann. Bitte, 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 bitte. Oh, wir fallen länger. Neuer Weltrekord. Ey, es klappt. Ne, bei mir nichts. Bei mir nichts. Bei mir nichts. Sammle Spieler. Bei mir nichts. Bei mir steht nichts. Bei mir steht nichts. Bei mir geht, bei mir nichts. Suchen nach weiteren Spielen. Nichts steht da. Steht nichts. Oh, ich bin drin. Hä, ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Was ist das für ein Sinn? Ja, bei mir ist, äh, ne, bei mir ist Server ausgefallen. Was? Oha. Warte, ist irgendjemand von euch drin gerade auch? Ne, bei mir ist, ich bin nicht drin. Ich bin wieder in der Lobby alleine. Ich sehe, ich sehe drei Leute, ja. Ja, ja, ja. Alle außer Ju sind drin. Ripp. Spielen wir jetzt gerade weiter? Was habe ich für eine Furzleitung? Nichts spielt, oder, äh? Ey, ihr spielt doch nicht ohne mich. Guck mal, wir alle draufspringen und dann runterrutschen. Die Idioten, Alter. Nein. Hä, zeugt ihr gerade ohne mich, oder was? Nein, nein, ohne dich, ja. Ich schreibe nur so rum. Jetzt mache ich so, äh, Stimmtraining. Ey, kommt mal raus aus dem Game. Ihr könnt mich nicht alleine in der Lobby lassen. Oh, ich bin schon wieder drin. Okay, Sammle Spieler. 58 von 60. Alle sind alle drin. Ich bin noch nicht drin. Ich bin noch nicht drin. Ich bin drin. Wuh. Alle? Ja. So, liebe Freunde, alle auf Zoe. Warum laufen manche schneller? Aua, ich liege auf dem Boden. Aua, Aua. Warum bin ich hinten? Oh, oh, oh. Nein. Ey, warum bin ich hier hinten? Ah. Oh, schnell hoch. Hoch. Warum sind hier so viele Leute? Warum sind hier so viele? Verpisst euch alle. Weg da. Oh. Oh, oh mein Gott. Alter. Ich glaube, das ist nicht Typ abgenommen. Das ist so gefährlich. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich komme nicht auf diese Butter. Oh Mann. Verpisst dich. Oh mein Gott. Ich schwöre, das ist gefährlich. Ey, wer hält mich fest? Wer hält mich fest von euch? John, warst du das? Nein. Hast du gerade einen Wolf festgehalten? Nein. Alter, der Propeller komplett getroffen. Ich glaube, er hat einen Rippel getroffen. Oh. 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 Mach doch Platz. Nein. Okay. Durch die Mitte. Oh mein Gott. Ich will nicht in der ersten Runde wieder stecken. Na. Jawohl. Ich bin durch. Hey. Das ist doch nicht besser. Ich bin so lange in der Lobby gewesen. Es sind nur noch 8 Plätze dran. Es sind nur noch 8 Plätze dran. Was ist denn? Darum springt er denn nicht einfach? Ich glaube, meine Tastatur ist kaputt. Es sind nur noch 5 Plätze frei. Ja, ich bin safe. Tot wieder. Ich bin safe. Nein, ich bin gerossen. 2 Plätze. Kann nicht sein. Ey, kann nicht. Ich bin wieder rausgeflogen. Direkt in der ersten Runde. Es kann nicht sein, Freunde. Gucken wir mal. Suchen wir uns mal Johns Taktik. Hä? Alter. Okay, ich gucke jetzt Zoe zu. Oh! Kein Bastard. Ah! Boah, John spielt schon schlecht. Komisch, dass er dann irgendwie trotzdem... Zoe ist quasi pro. Okay, jetzt bleibt sie einmal im Kreis. Eigentlich spielt ESL, aber... Aber das sind alles richtige Spieler, ne? Ja. Manche davon sind vielleicht auch falsche Spieler. Danke für diese Aussage. Mir... Oh, das war knapp, John. Oh, John. Das hat wehgetan, oder? Das hat wehgetan, ja. Oh, der Kopf ist ein bisschen. Oh! Schluss! Komm, komm, komm. Komm. Bro, komm. Ja, ich bin zurück. Ich bin drin. Oh, ihr habt es geschafft. Stark. Stark, stark, stark. Zoe, hast du schon jedes Minigame einmal durch? Ne, das hatte ich noch nicht. Die anderen zwei hatte ich. Okay, dann schaue ich dir mal zu. Okay, let's go. Oh, ich bin hier ganz vorne. Du bist ganz vorne, ja? Du machst du, Alter. Zoe ist die mit den lilanen Blitzen. Wie sieht es bei John aus? Ach, ach, ach. John, 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 John. Ich bin ausgeschieden. Warum? Oh mein Gott, das war die Lava auch. Ach so. Hä? Ach, du bist raus, deswegen bin ich nicht, John. Ja, ja, das war... Ich bin in die Lava gefallen. Ich habe wieder einen Stil. Es gibt Verbrennung. Du solltest im Krankenhaus. Oh nein. Oh. So. Wir können Wetten schließen, liebe Freunde. An der Stelle. Die Lava kommt. Die Lava muss nach unten. Ich wette, John schafft es diesmal nicht. Ich bin doch schon raus. Du bist schon raus. Ich glaube, John schafft es nicht. Da habe ich schon mal 10 Euro gewonnen. Zoe schafft es. Meine Wetten schafft es auf jeden Fall. Machst du gut. Nimm die Donuts. Ach, kann man die nehmen? Ja. Nein, nein, die kannst du nicht. Doch, die kannst du essen. Doch, iss die. Robin. Gute Karts. Oder Eiweiße, was da drin ist. Du bist hier Fitness-Experte. Ähm, beides. Keine Ahnung. Nimm die Donuts. Oh Gott, sorry, ist tot. Ey, jetzt sind wir wieder alle raus. Kannst du nicht sein. Okay. Okay, Leute, Konzentration. Ich muss mich einmal extremst konzentrieren. Ich bin super abgelenkt gerade gewesen, weil ich gerade im Chat nach Tipps gesucht habe, um zu gewinnen. Hat nicht ganz funktioniert. Das ist dein Game, du musst Türen kaputt machen. Warum denn? Was hat das? Ey, das ist richtig Takeshi's Castle hier. Das ist richtig Takeshi's Castle. Wir sind alle so alt, dass wir es kennen. Außer Marius. Marius, kennst du Takeshi's Castle? Als ob ich jetzt so zwei Jahre alt bin. Natürlich kenne ich das. Hä, du bist safe 12. Marius kennt den Namen. Ja, er sagt, natürlich kenne ich währenddessen Google Passi. Takeshi's Castle ist so ein Anime, oder? Als ob ich so zwei Jahre alt bin. Klar, das kenne ich. Habe ich auch mal gegessen. Ja, das ist schon lecker. Wie machst du die Krippe auf? Ey, geht doch mal, verpisst euch doch mal alle hier. Was ist denn das für ein Gedrängel? Wie lacht er die denn auf? Hier, lass den Wolf mal durch. Das sind Fake-Türen. Achso, es geht nur manche auch. Alter, ey, drängelt mal nicht alle so. Raus, weg hier. Ich bin ganz weit vorne. Errungenschaft, errungen. Stark. Ah, ich werde zertrampelt. Ich werde auch zertrampeln. Ich muss viel mehr springen. Boah, Katastrophe. Alter, ich bin wieder hinten. Was ist das denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Runtergefallen. Wie gebrochen. Oh, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, qualifiziert! Ich war der Letzte! Shit, irgendwann werde ich diesen Bizeps haben, um ihn zu flexen. Geht's grad noch nicht. Julian, bam, it's in the game. Ich bin schon wieder draußen. So, du bist wieder draußen, Marius. Da gehst du auch hin. Ju, bist du noch drin? Natürlich, was für eine Frage. So. So, wie bist du noch drin? Krieg, Alter, Krieg. Nö, bin draußen. Kannst du mir zuschauen, jetzt kannst du nämlich einem Pro-Gamer zuschauen. Okay, John, ich glaub an dich. Yo. John ist ziemlich weit vorne. Sehr gut, stark, stark. Jetzt der Backflip, sehr stark. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war sehr wild. Wie bei der Formel, ja, guck mal, wie Felix von der Lange. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. John ist so gut, der ist Erster. Ist das so? Ich komm nicht mehr hoch, ich kann einfach nicht mehr hoch. Ich... Alter. Das ist ja nicht mehr möglich dann. Ja, stark. Eie. Pro-Gamer. Schreie, 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 schreie. John absolut stark. Scheißdreck. Wohin mit mir? Ja, absolut stark. Oh mein Gott, hier komm ich ja nicht hoch. Ich spreche, was tust du? Ah, ich muss auf die andere Seite. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Verdient man 10 Euro. Sehr gut, John. Oh mein Gott. 10 Euro? Ja, ja, Drew gibt dir auch 10 Euro. Guck mal, wo Drew ist. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ich bin komplett der Letzte einfach. Und spiel immer noch schlecht. Du bist Vollletzter, der, da ist, da ist ein Gelber, der ist neben dir, der läuft noch mit dir. Ich find's gar nicht so lustig. Ich find's gar nicht so lustig. Oh, aber du holst einen, du holst einen. Ja, ja, ich täusche alle meine Gegner erstmal. Das ist einfach nur eine Pestel offen. Lass mich rein hier. Du könntest es noch schaffen. Ja, ich glaube, wenn du jetzt guckst, schaffst du es. Oh, nicht, spring nicht, spring nicht. Nein! Oh mein Gott. Nur noch einer kann rein. Nur noch einer rein, das war's. Okay. Alle Hoffnung liegt bei John. Oh, das könnte ich richtig gut, sowas. Memory habe ich 10 Jahre lang Ausbildung gehabt. Mit dem Schlimm im Symbol entgehst du dem Schleim, okay. Kann echt sein, kann echt sein. Ach so. Ah, okay. Ja, ach, weißt du, wo das ist? Ja, das hier. Okay, gut, stark. Das ist fucking Memory. Ah, guck mal, super schön. Ich hab schon mal runtergefallen. Okay, sehr gut. Nicht so viel springen, mein Feld vorm Springen, okay. Banane, Melone, Traube. Banane, Melone, Traube. Hast du Memory auch? Verbindung? Oh mein Gott. Das ist riesig, das ist riesig. Der hat deine Cheatcodes erkannt. Nein. Ja, deswegen bist du auch rausgeflogen, oder was? Ja. Okay, wir sind drin. Wir sind gut. Okay, 58 von 60. Okay, 58 von 60 Spielern. Ja! Jawoll. Okay, John, ich werde dich aussuchen. Let's go. Du bist auserkoren worden, um zu sterben. Ich muss ganz kurz Fokus auf Game. Weil ich muss das gewinnen hier. Welche Blende? Ich muss... Ich bin einfach hierher. Ich bin einfach hierher. da gekommen. Alter. Boah, Alter. Das ist ja... Oh, das hat aber mir einen guten Vorsprung gegeben. Ey, meine Beine sind komplett gebrochen, so auf mich da getroffen worden. Nein, schon wieder diese Butter hier. Oh nein, da komm ich... Ey, ey. Boah, lass mich bitte einmal hoch hier. Das ist sehr kompliziert. Ey, ich liege da nur drauf. Was ist denn das? Alter, ich glaub... Ich kann... Ich kann kotzen. Alter, guck mal, seht ihr... Seht ihr, was ist passiert? Ja, sorry. Hallo, sorry. Habt ihr gesehen? Das war nicht... Das war doch nicht... Ich geh mal einen sicheren Weg, oder? Oh mein Gott. Ich dachte, der Propeller ist weiter weg. Mein, oh mein Gott. Wow, geschafft. Ey, ganz ehrlich. Der Propeller hat mich niemal gehauen und dennoch bin ich einfach umgekippt. Dieses Spiel ist einfach gegen mich. Ja, okay. Das hab ich... Das seh ich ein. Das seh ich ein. Das seh ich ein. Irgendjemand hat mich gerade gefrontet. Ich hab diesen letzten Stuhl nicht. Okay, okay, verpiss durch alle. Weg da, weg da! Schubst du mich hier nicht runter? Dammit. Das fliegt alle nur runter. Oh, das schaff ich. Ich flieg die ganze Zeit runter. Ja! Du klangst gerade wie Knossi einfach. Ja! Nein! Meine Maus! Ich bin drin. Ich bin Koli, bitte. Drei Spiele. Wir bleiben drin. Ich mach Dips, Freunde. Dips. Ich weiß gar nicht. Wo bin ich? Hä? Oh mein Gott, wo bin ich? Wo bin ich? Achso, hier bin ich. Ich bin das erste Mal weitergekommen. Weiter Dipsen machen, Leute. Boah, Zori fliegt und fliegt und fliegt. Zori denkt, sie ist ein Vogel. Skull. Nein, nein, nein. Und sie fliegt nochmal. Okay. Wer hat überlebt? Wer hat überlebt? Ich bin noch drin. Wer ist noch drin? Ich. Oh mein Gott. So. Ja, das ist ja easy. Oh, da sind ja Lücken. Oh, oh. Oh, da kommt der Wand. Da kommt der Wand. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Nein, nein. Oh, der Schleimkug gerade gefährlich. Oh, da sind Donuts. Ich hab Hunger. Oh, 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 oh. Du isst generell recht wenig. Marius, iss. Donuts. Ich bin runtergefallen. Ich kann euch jetzt nicht mal mehr zugucken. Ach so, du bist jetzt ein... Oh, das ist... Ich hab doch gesagt, ich hab Verbindungsprobleme. Okay, Ju lebt noch. Ju lebt noch. Ey, sorry, das ist einfach... Nicht in die Donuts beißen, du stirbst direkt. Das sagt Jazz mir auch immer beim Training. Tja, jetzt müssen wir warten. Warte, warte, warte. Wir haben's gleich geschafft. Ich bin gleich Erster. Ich weiß nicht, wieso, aber ich... Ich lau' ich dir das nicht. Dann hast du eine geheime Plattform. Indy, ja. Da rechts von dir. Warst du schon tot, oder was? Ja. Weil so redet nur ein Verlierer. Alle drei noch drin, oder was? Ja. So, nee, so ist raus. Ah, okay, okay. Aber wir müssen die auch mal irgendwie gewinnen lassen, ne? Kann ja nicht jedes Spiel so sein, dass ihr mal rausfliegt. Aha. Wirkt nicht, John, wirkt nicht. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Hast du überlebt, stark. Du, 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 du. Das Song singe ich gerade für dich, John. Hast du vorhin für dich selber gesungen auch? Nee. Zoe, kennst du Cough and Dance? Ja. Ist das... Findest du das lustig? Nee, das ist das lustig, oder? Hm. Naja, geht. Okay. Ich hab so dick krass in die Kastgemeinung. Okay. Dann nicht gemeinsam Cough and Dance Memes schauen. Meine falsche... Genau, darauf hätte man auch Cough and Dance Memes schauen können. Was ist... Was ist das jetzt? Ich hab... Ich hab nicht gelesen. Du musst auf... Blass auf, da sind so lose. Nee. Was ist das? Ich verstehe das Spiel einfach nicht. Ich warte einfach, bis andere gehen. Kannst du mich gleich mal in den Squat-Screen... äh... Screen. Squat-Screen reinziehen? Mein Chat, äh... Beschwert sich gerade. Ja, ich... Ich bin gerade mitten am Gewinnen, ne? Ja, deswegen... Oh, das ist auch Cough. Ich bin erst mal so... Ja, dann aus. Ja. Oh. Marius, siehst du das? Man hört bei mir die Zubekack. Oh. Ah. Knapp so. Wo der Internet aber schneller ist. Ich bin, äh... Aufgeregt, weil ich... Bin... Das ist... Das spiel ich gerade alleine? Ja. Du bist der letzte Überlebende. Ich glaub noch eins. Dann ist es Finale, Finale. John, Finale. Schau mir zu, beim Finale. John, bitte. Erreiche die Spitze und nehme mit Pfiff die Krone. Die Krone. Die krieg ich. Mach knurr, sie stolz. Nee. Danke. Nee. Ich versteh dieses... Ich muss halt erst mal klarkommen, weil ich gar nicht verstehe, was hier überhaupt funktioniert, klappt und sonst was sich dreht. Okay, das ist ein Ball. Aber ich glaub, du kannst die Kamera auch bewegen, dass du mehr vom Weg sehen kannst. Ja, wie? Mit der Maus. Ich will das mit der... Oh. Oh. Also, ich kann mit der Maus halten. Aber die Maus nutzt sie schon. Das ist ein Hammer. Ah, ich wollte gerade cool sein. Ja, hämmert mich rein hier. Die haben mich reingehämmert. Rausges... Was? Die Idee hat gewonnen. Oh, das ist ein cooler Dino. Ja, der hat Geld... Der hat Geld bezahlt dafür. Ey, über wen hat die Hindernisse? Haben wir das nicht schon 300 Mal gespielt? Oh nein, der ganze Chat. Oh nein. Oh, bei mir scheinbar... Danke für ein ganzes Witz. Mike Bird, holy shit. Leute, ich hab ein Video gemacht, ob man dumm sein kann. Schaut euch das mal an. Echt? Das hast du wirklich so ein Video gemacht? Ich hab wirklich ein Video gemacht, ja. Ob man psychologisch gesehen, dumm sein kann. Und? Echt? Nein. Kann man nicht, ne? Was ist man stattdessen? Nur die Handlung eines Menschen können dumm sein. Und? Per Petition. Per Petition? Was für eine Petition? Eine Petition? Okay, ich bin officially dumm. Die können eine Petition unterschreiben, ja. Man muss eine Petition unterschreiben. Ich bin dumm. Nein, was ist denn jetzt beim Chat los? Jetzt werden hier irgendwelche komischen ASCII-Bilder gespielt. Och, die... Oh, der Ball hat mir gegeben. Welche ASCII-Codes bitte? Alle ASCII-Codes bei Marius. Welche ASCII-Code-Pimmel, Alter. Echt? Das ist... Das ist... Nein! Bitte nicht bei mir. Ich finde solche Programmier-Jokes nicht lustig. Also braucht ihr es nicht bei mir zu machen. Danke. Alles klar. Gut zu wissen. Holy jeez. Oh, ich bin richtig. Komm, was ist denn das? Oh, die Bälle haben gegeben wieder. Das tut weh. Nein, 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 nein. Ja, ich bin noch drin. Wir schaffen es nie, alle gleichzeitig mal durchzukommen. Ey, nie. Wie, äh, wer ist drin? Ich. Und? Ich auch. Echt jetzt, Marius? Ja, und nein, ich kann nicht den John anpissen und ich weiß auch nicht, wann der Mann im Mond kommt. Das ist nicht meine Abteilung, Leute. Hä, Marius, läuft einfach hin und her. Ja, das ist die Master-Taktik. Die Master-Dum-Taktik. Ich hab ein Master-Taktik. Was muss man hier machen? Muss man einfach drinnen bleiben, oder was? Ja, oben bleiben. Ah, okay. Ich bin auch nicht sauer. Aber cool, bleib da mit stehen. Wir könnten nicht gerne fragen, ob ich cool bin. Hey! Oh Mann, was hast du gemacht? Drew, bist du drinnen? Sorry, das sind alle meine Freunde aus Singapur, die... Ist die Donuts. Sorry, die Donuts. Ich bin schon... Alter, wir treiben die Leute die Definition von Kacke in den Chat. Alter, Leute, chill. Wer hat überlebt? Sorry, hast du überlebt? Ja, ich habe auch überlebt. Oha. Krass, mega krass von dir, sorry, dass du so weit gekommen bist. Mega krass. Ja, gell? Voll crazy. Wie du dich für mich interessierst, Drew. Mega krass. Das nenn ich Skill, sorry. Ich bin jetzt ab der Ange-Range. Eier-Range. Hey, das kenn ich nur noch nicht. Oh, das sind Teams. Was müssen wir machen? Das sind ganz viele Eier. Ja, okay. Was müssen wir machen? Kannst du die Eier erklären? Ins Tor bringen. Einfach hochnehmen und ins Tor bringen. Ah, ihr seid gelb. Okay. Ja. Aber... Wie soll ich denn? Linke Maustaste. Linke Maustaste. Hä? Da, da, da. Du nimmst das immer hoch. Ah, ja. Ich hab's verstanden. Maustaste ein Ei in der Hand. Er ist runtergefallen. Das kann man doch irgendwie falsch verstehen, Bruder. Okay. Sorry. Dein Ei. Hä? Wir haben nur 12 Punkte. Wir fliegen raus. Alter, ihr seid ex. Ich hab bisher nichts dazu beigetragen, aber trotzdem strengt euch bitte an. Marius, hier läuft einfach im Kreis. Super. Woher kommen Sie denn? Die Eier klauen. Ich klaue den anderen die Eier. Achso, die kann man klauen. Okay. Ja, ja. Gehen lässt und klaut das Ei. Ja, okay. Oh Gott, ihr habt noch eine Minute. Das ist sehr, sehr knapp. Hä? So jetzt. Was macht Marius? Lass mir doch wenigstens das eine Ei. Die sind so asozial. Marius, mach. Jetzt werden dir die Wikipedia-Einträge von Ju reingeforstet. Oh mein Gott. Marius, komm da nicht mal mehr hoch, Alter. Der ist so nützlos, Alter. Er wird abgelenkt von Wikipedia-Artikeln. Man kennt's. Juli Band, bürgerlich, bla. Hey, hör auf, meine Adresse zu leaken. Die lassen den nicht mal raus. Oh, die machen, die Blaustein macht das richtig schlau. Boah, die sind richtig krass. Marius ist einfach los. Bei Marius nix macht. Das ist immer noch. Der gibt nie die Einträge. Boah. Das ist einfach für die Bildung, Turin, Alter. Ey, Marius, los. Marius, du hast nichts geleistet. Du verlierst sogar Eier. Marius, was machst du denn? Vielen Dank für den Witz. Ey, Marius. Ja? Was willst du mir sagen? Es ist so wie... Hab ich gerade jemanden aus meinem eigenen Team angegriffen? Mann, was ist mir auf das Ei der Ei hier? Leute, schön, das haben wir von morgen. Toll, danke. Dammit. Oh, Marius, war ein bisschen peinlich hier so stark. Peinlich, ne? Peinlich. Also, ich bin echt enttäuscht von meinem Team. Das war's mit Fall Guys. Wir haben zu viele Serverprobleme gerade, deswegen können wir uns nicht so aufs Game konzentrieren. Und demnach verliere ich ja auch öfters Spaß. Ja, daran liegt's. Aber das Spiel ist schon funny. Das Spiel ist schon geil. Lass es demnächst nochmal spielen. Vor allem gibt's ja noch tausend andere Minigames, die haben wir halt zufälligerweise einfach nicht bekommen, ne? Sorry, danke auf jeden Fall, dass du am Start warst. Ach, krass. Ja, mir hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. War sehr lustig. Okay, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Außer mit dir, Ju. Mit dir ist immer stressig. Ist immer stressig. Haut rein. Danke dir, Zoe. Danke, Marius. Danke, Jordan. Danke euch allen. Tschüss.